Hi, Ann-Christin. Ich bin Alberto. Hi, Ann-Christin. Ich bin Alberto. Hi, Ann-Christin. Ich bin Alberto. Oh, Mann. Das ist das erste Date. Was für ein Typ soll ich groß gehen lassen? Sollte ich der coole Hip-Hopper sein? War opened! War opened! Ready, 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 let's go! Nein! Nein, nein, nein. So bin ich nicht. Das ist viel zum Angeberisch für Ann-Christin. Wie wär's mit einem Rockstar? Ja, ich bin so ein Typ. Mein Mann ist Jimmy. Are you ready for Rock'n'Roll tonight? Ich kann nicht hier, du. Are you ready for Rock'n'Roll tonight? All right, das ist meine Ligta. Mein Mann ist Jimmy. So, let's do it, ja. Oh, nein, nein, nein. Das ist viel zu hart für meine Liebe Ann-Christin. Man sagt ja mal, Französisch ist die Sprache der Liebe. Sollte ich jetzt vielleicht mal ausprobieren? Bonjour! So, dann geht's mal los! Fine, weiter moCA, woλοgeion! Far speed CA tits gutter! Kein geht's mal auf tubetight randallasis소. Kanungetremmü śmalife-m incorporating Beinaken-mühhalimix-mühhalimions-mühhalim沒關係 Ah, papalapap! Wisst ihr was, Leute? Ich bleib einfach so, wie ich bin. Entweder mag sie mich oder sie mag mich nicht. Denn das ist das eigentlich Richtige, was ich tun kann. Botschaft! Also, mach's gut, Leute. Ich gehe jetzt zur Ankristin.